Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute geht es um ein Review, das schon lange erwartet wurde und zwar um den Holster-Eis-Kaktus. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da bin ich wieder mit dem Holster-Eis-Kaktus. Ja, wie gesagt, ein lange ersehntes Review. Es gibt ja schon einen ganz schön krassen Hype um den Tabak. Jetzt habe ich mir endlich auch mal eine Dose geholt und dann wollen wir mal gucken, ob das Ganze auch taucht. Als erstes blende ich euch da mal den Kopfbau ein. Das Ganze habe ich übrigens in der Harmony Bowl von Somo und Huka John gebaut. Und ihr seht schon, der Schnitt ist einfach brutal gut. Das ist so ein mittel bis feiner Schnitt, der sich einfach super angenehm bauen lässt. Da habt ihr auf jeden Fall in keinem Kopf irgendwelche Probleme. Feuchtigkeit ist perfekt aufgenommen. Ihr habt kein bisschen überschüssige Molasse. Ich habe auch mal auf den Boden von der Dose geguckt. Da war definitiv keine Molasse am Start. Also sehr, sehr gut aufgenommen und trotzdem gut feucht. Genauso wie das sein muss. Aber es muss auch genauso sein, weil das Ganze kostet euch 17,90 Euro für 200 Gramm. Und damit sind wir beim nächsten Tabak, der jetzt auch 18 Euro kostet, was einfach ein bisschen schade ist. Ich verstehe auch nicht ganz, warum. Nameless konnte das Niveau sogar auf 14,90 Euro halten, ist jetzt auf 16 Euro. Also 15,90 Euro. Und es ist immer noch saugut. Tut einfach ein bisschen weh, dass wir da jetzt schon bei 18 Euro wieder sind. Aquamenta hat es vorgemacht, hat anscheinend gut geklappt und jetzt ziehen die anderen nach. Aber darüber haben wir ja schon oft genug besprochen. Äh, gesprochen. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den wichtigen Dingen, was diesen Tabak angeht. Und das ist erstmal der Geruch. Ich habe übrigens noch gar nicht gesagt, wonach das Ganze schmecken soll. Man sieht schon online und auf der Packung teilweise diese kleinen Kaktusbrocken, sag ich mal, die dieses typische Kaktuseis darstellen, was früher so viele genossen haben. Keine Ahnung, am Badesee, am Kiosk geholt. Ähm, das hat so leicht auf der Zunge gebitzelt und hat einfach sehr, sehr lecker und erfrischend geschmeckt. Und danach soll das Ganze auch schmecken. Ähm, vom Geruch her kommt auf jeden Fall eine leckere, süße Kaktusnote rüber, die extrem interessant riecht. Also auch vom Geruch definitiv schon direkt sehr, sehr nice. Ähm, im Hintergrund so eine leichte, frische, aber definitiv nicht zu viel. Ähm, ist sehr, sehr gut abgestimmt. Also vom Geruch her wirklich schon mal ein Top-Tabak und ja, ist man auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze dann schmeckt. Vor dem Geschmack gucken wir uns aber nochmal die Rauchentwicklung an. Und ich denke, bei den Wolken gibt es auf jeden Fall keinen Grund zur Beschwerde. Der Tabak qualmt sogar mit nur einer Kohle und einer Kohle auf Kipp in der Smokebox da oben drauf brutal ist. Also er braucht sehr, sehr wenig Hitze, um trotzdem sehr, sehr gut rüber zu kommen. Geschmack ist auch schon voll da und ihr habt wirklich so eine sehr, sehr geile Kaktusnote, die auch wirklich so ein bisschen an dieses Eis von früher erinnert. Diese Bitzelnote konnte man natürlich nicht umsetzen. Also ihr habt kein Bitzelgefühl im Mund oder so. Aber es kommt wirklich schön nah an dieses Eis von früher ran und gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr habt eine schöne Frische dabei. Also man merkt auch danach noch so im Mundraum, okay, ist angenehm frisch, aber ist jetzt keine kranke Mentholnote oder eine krasse Pfefferminznote oder so. Ist einfach ein bisschen angenehm frisch. Was mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. Ich muss sagen, in meinem ersten Kopf dachte ich mir noch so, hm, weiß ich nicht, ob der jetzt mir wirklich so hart taucht, keine Ahnung. Jetzt ist in der Dose, weiß ich nicht, noch die Hälfte drin ist, so ungefähr. Und ich muss sagen, desto mehr ich ihn rauche, desto mehr will ich ihn auch rauchen. Also es wird einfach nur krasser. Und beim ersten Kopf konnte ich ihn halt nicht nachvollziehen. Mittlerweile kann ich ihn schon leicht nachvollziehen, weil es passiert mir wirklich selten, dass ich beim Tabak, der nicht Black Nana heißt, mehr als einen Kopf hintereinander rauchen will. Und das ist jetzt auch schon der zweite Kopf, den ich heute hintereinander wegrauche. Gestern haben wir auch zwei hintereinander geraucht. Also es ist wirklich schon krass. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Tabak. Ich bin auch gespannt auf die anderen Holstersorten. Den Kiwi Punch feiern ja auch viele extrem. Mich interessiert auch noch der Bärenmix. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Aber der klingt auf jeden Fall auch noch sehr, sehr interessant. Ich hatte lange keinen richtig guten Bärenmix mehr. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da von Holster noch so kommt. Die haben ja auch gerade noch fünf neue Sorten angekündigt. Da bin ich auch gespannt, was da mal so kommt. Und ihr merkt schon, jeden Punkt, den ich angesprochen habe, erfüllt dieser Tabak perfekt und kann da definitiv überzeugen. Deswegen kann ich auch eigentlich an keiner Stelle meckern, abgesehen vom Preis. Und deswegen gebe ich auch einen Punktabzug, einfach weil mir diese 18 Euro definitiv nicht passen. Ziehe ich da direkt einen Stern ab. Da alles andere top war und auch der Geschmack einfach brutal gut ist, bekommt der Tabak von mir neun Sterne. Also ich würde nochmal 10 kriegen, aber einen Punktabzug für den Preis, weil mir diese 18 Euro einfach nicht in den Kram passen. Aber definitiv ein krasses Produkt. Und auch wenn ich die 18 Euro Sorten nicht unterstützen will, muss ich leider sagen, kann man sich definitiv mal eine Dose von holen. Weil ist einfach wirklich ein sehr, sehr guter Tabak. Ich bin gespannt auf die anderen Sorten. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, falls ihr schon was anderes von Holster probiert habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-Wegend. Bis dahin, macht's gut.